Hi ihr Lieben, grüß euch. Ja, kleine Hub Session wieder hier, Golden Rocket, auch nicht gezeigt. Neues Spiel auf meinem 2018er Megapaket. Sehr geiles Spiel. 1,20, bisschen krass, wartet mal, noch ein bisschen länger zuschauen. 80 Cent, schauen wir ob die Rockets fahren. Und da drüben hauen wir noch was anderes rein. Hört mal so ein bisschen schräg, da kann ich hier ein bisschen besser blättern, Leute. Jetzt fällt mir hier noch was ein, was Gaudi macht. Blacki Alsop Glback ... Glback Ah, da ist ein Nelson Delight rein. Ah, da ist ein Nelson Delight. Ah, die vier Rockets fahren immer fleißig vorbei. Immer das. Ah, da ist ein Nelson Delight. 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 Oh, mal hin, mal hin. Freunde? Mein Bali? Mein Bali ist nämlich auch noch kein Akzeptor. Ich weiß, das ist furchtbar lame, aber es bedeutet, kostet man alles auf die Schule. Aber könnte sich schon mal für meinen Automatenverkäufen mal eine Kräfteleiste bestimmt das? Es reicht! Hi, schnell! Halt auf den Drum! Halt auf den vídeo. Guck mal, den Räumen! Na, die Golden Rocket hat sie ein bisschen verflogen, glaube ich. Schade, ist mir leider der Buben. Aber auch solche Videos müssen es sein. Realität bei mir, auch 4.1 Realität. Es ist halt nun mal so, warum damals war nicht immer alles Gold was glänzt, auch wenn man das immer noch so empfindet. Wie viele es so empfinden, das ist halt nicht so. Es waren immer schon Unterhaltungsautomaten. Mit Gewinnmöglichkeit, Freunde. Nichts anders. Das war ein schönes Spiel, du hast in den Leiten. Das war ein schönes Spiel. Du brauchst die Leite, du machst das. Wenn man ein paar Freispiele hat, kommt das ganz gut, also das ist das Feature mit diesen, dass bestimmte Symbole noch werden, das sind jetzt mal die ganzen Zehner hier, sagt man, da fliegt das Geld runter und nichts finde ich. Oh, haben wir es nur noch gekriegt, ich hätte fast nicht gedacht Leute, schauen wir mal. Ich muss sagen, mit mäßigem Erfolg. Mit mäßigem Erfolg Leute, schade. Hier sind wir durch, hier rufen wir neu, kein Problem. Und da schauen wir noch ein bisschen zu. Zum Beispiel über 10 Minuten kommen echt die Raketen und vorne gibt da nichts in der Mitte. Also weg mit der Kohle, raus mit die Viecher und wir machen weiter. Lasst es ab oder ein Like da, freu ich mich. Nette Kommentare, Fragen, wünsche Anregungen und immer das gleiche. Ich bin gerne bereit auf alle Fragen einzugehen. Wünscht euch Spiele, ich habe jetzt alles da. Habe ich mir alle, wie ich es auch schon gesagt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal, oh. Letzt Geld. Oh, ist gut. 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 Ja, ein bisschen was. Haben wir doch noch gesehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Schauen. Vielleicht ein kleines Montagsvideo oder so. Bis zum nächsten Mal.